klingt doch gar nicht so schlecht die qualität von diesem mikrofon oder doch das tut sie wie schlecht sie klingt das zeige ich euch gleich in einer kleinen demonstration die ich aufgenommen habe ich habe mir hier nämlich einen 40 euro mikrofon besorgt um mich selber einfach noch mal davon zu überzeugen dass es wirklich nicht alles gold ist was glänzt diese mikrofone die immer sehr gut bewertet werden auf plattformen wie amazon etc und für 40 euro dann über die ladentheke gehen über die digitale ja sind halt nicht immer so toll wie man dort liest es kommt natürlich immer auf die ansprüche drauf an wenn man natürlich keine ansprüche hat ist das ding natürlich geil dann ist es im prinzip 4200 euro neumann mikrofon duplikat wenn ihr so wollt aber wenn man so ein bisschen ansprüche hat in der audiotechnik und auch gerne ein bisschen gute qualität rüberbringen möchte und die für spezielle sachen nutzen möchte dann sollte man davon die finger lassen möchte dir zum beispiel irgendwie ein podcast machen dann lasst es möchte dir ein voiceover sprechen dann lasst es möchte möchte dir in irgendeiner art und weise irgendwas professionelles einsprechen dann lasst es bitte aus zwei gründen zum einen es ist ein usb mikrofon und usb ist quasi in der professionellen welt der audiotechnik nicht wirklich ernst zu nehmen es ist zwar eine einfache geschichte ein mikrofon mit einem computer oder sowas zu verbinden oder sogar mit dem smartphone aber die qualität leidet und das werdet ihr später irgendwann hören wenn ihr ein geschultes gehör habt und zum zweiten ist es halt von der qualität der echt mies ja und deswegen zeige ich euch jetzt einmal kurz ein kleines dann kleinen exkurs über die audioqualität von einem günstigen mikrofon hallo da draußen das hier ist ein klangtest vom günstigen 40 euro mikrofon die tonspur ist komplett unbearbeitet alle schmatze alle klicks lasse ich drauf und rauschen hört ihr denke ich mal selber schon ist ziemlich extrem aber es ist halt ein usb mikrofon es ist wie gesagt komplett unbearbeitet ich habe nichts an der audio datei gemacht bin ungefähr knapp 20 zentimeter jetzt von dem mikrofon mit dem mund entfernt es ist hier keinerlei pop schutz wirklich drauf ich nehme ich jetzt dem mikrofon also von ungefähr 15 zentimeter und so hört es sich dann an wenn ich jetzt noch näher ran gehe auf eine entfernung von ungefähr ja so zwei finger breit dann würde sich das ganze so anhören kurzer pop test pipa 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 so das war jetzt der pop test und der klangtest von dem billigen 40 euro mikrofon noch mal ganz kurz zum vergleich das hier ist jetzt noch mal eine originale aufnahme vom iphone 7 sogar ja videodatei und auch die original audio datei vom iphone 7 jetzt noch mal aufgenommen als vergleich man hört denke ich mal deutlich dass selbst ein smartphone mikrofon noch ein bisschen mehr wumms hat im sinne von ein paar tiefen mehr und etwas angenehmer klingt als dieses kleine sekt gläschen hier ich hoffe ihr versteht jetzt was ich meine nachdem ihr das gehört habt also es kann auf jeden fall nicht für den professionellen einsatz gebraucht werden deswegen spart euch das geld ihr könnt dafür tatsächlich lieber euer iphone nehmen oder smartphone oder android phone und da was einsprechen da kommt im endeffekt nachher das gleiche bei raus wenn ihr das irgendwie braucht um euch zu connecten für ich sag mal ein skype telefonat oder home office oder sowas und ihr müsst da irgendwelche konferenzen abhalten ja also dann um gottes willen da lohnt es sich da würde ich auch nicht so viel geld für ausgeben also für skype telefonate oder ja zoom konferenzen irgendwie sowas in dieser richtung was halt jetzt nicht so extreme hohe priorität hat wo es halt nicht primär um die stimme geht sondern nur einfach darum dass ihr überhaupt irgendwie zu hören seid dann ja kauft so ein günstiges mikrofon auf jeden fall aber sobald es in richtung professionalität geht irgendwelche voiceovers professionell einsprechen trailer irgendwas wo ihr wirklich ein ja ich sag mal ein gutes ergebnis abliefern müsst und auch wollt irgendwas einsprechen wollt dann lasst bitte die finger von sowas und spart auf ein richtiges mikrofon was ist jetzt ein richtiges mikrofon auf jeden fall schon mal eins mit xlr anschluss und am besten auch tatsächlich so ab preisklasse circa 100 euro 80 bis 100 euro müsst ihr da schon in die hand nehmen gute alternative ist übrigens das yeti blue oder blue yeti das ist dieses teil hier das ist schon im vergleich seht ihr ja das ist schon ordentlicher unterschied dieser brocken aber auch das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun dieser kleine stümpfe hier der könnte auch richtig gut sein wenn halt die technik innen stimmen würde tut sie aber nicht hier stimmt die innere technik schon mehr bisschen prollig aufgebaut das ganze aber es ist okay preis leistung ist hier sehr gut dazu komme ich aber auch noch mal in einem anderen video da möchte ich gern noch ein bisschen mehr darüber reden über dieses blue yeti das hat nämlich ein paar besondere features und fähigkeiten wenn ihr es also nicht verpassen wollt abonniert jetzt gerne den kanal oder schaut ab und zu mal wieder hier rein ja das war es von mir zu meinem eindruck und meiner predigt warum billige mikrofone nicht gut sind warum du davon die finger lassen solltest in welchen fällen es jedoch doch sinn machen könnte siehe skype telefonate zoom und so weiter und ja ich hoffe euch hat das ein bisschen spaß gemacht und weitergeholfen ich sage vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video